Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play Frostpunk. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor auf Wift. Wift ist ein DLC mit Brücken bauen und sowas. Hier, tut tut tut, und da tut, und tut. So haben wir schon mal hier einen Kohlegenerator und so einen ganzen Gedöns gebaut. Äh, ja. So, komm. Maximal mit Heizung, blub. Äh, wir müssen ein Gesetz entlassen. Auf jeden Fall radikale Behandlung, Lebenserhaltung. Äh, warte mal, jetzt muss ich gerade... Äh, Schwerkranke werden die Sanitätsstation am Leben gehalten, aber nicht behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. Die Unter... äh, Unzufriedenen steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben. Okay, radikale Behandlung ist, äh... Die Schwerkranken werden der Sanitätsstation behandelt und die Hoffnung steigt leicht an. 30% der Sanitätsstation behandeln Schwerkranke werden amportiert. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Okay, das nehmen wir radikale Behandlung. Boom. So. Das muss ich einfach tun. Danach muss ich versuchen, Prothesen, äh, zu bauen oder zu erforschen in der Fabrik. Ja. Wir kriegen das schon hin. Der Verbrauch ist super. Das kriegen wir alles gut hin. Wir haben keine Häufchens mehr. Wir haben alles weggesgrast. Ähm. Ja. Wir kriegen das schon hin. Wir machen das schon. Wir machen das. Wir kriegen es hin, Leute. Ja. Aufrüstung für Sanitätsstationen haben wir. Krankenhaus. Das wäre eigentlich perfekt, ne? Das erforschen wir. Und danach, äh, bauen wir ein Krankenhaus. Ich hoffe, dass wir damit die Zufriedenheit der Bürger dann wieder nach oben kriegen. Ich werde eine neue Sanitätsstation. Ich werde die Kranken... Darum kümmere ich mich. Du hast drei Tage Zeit, um dir ein Drittel der Krankheiten behandeln zu lassen. Okay, das mache ich. In drei Tagen schaffen wir es. Mit Krankenhaus, mit etc. Blablabla. Das sollten wir eigentlich gut hinbekommen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt keine Überlebenden. Wir brauchen jetzt unbedingt Rohstoffe von unseren Speer. Ähm. Was kostet eigentlich noch ein Speer? Äh. 40 Holz. Ich glaube, ich werde gleich nochmal welche losschicken. Um mehr Rohstoffe zu bekommen. Wie viel Holz haben wir hier noch? 583. Ich muss nur eine Brücke hinkriegen, Mann. Oh, Leute. Die machen mich wirklich fertig gerade. Okay, die schwer sind da. Was habt ihr gefunden? Holz. Okay, sehr schön. Rohstoffe nehmen. Dein Tor. Zack, weiter. Ich brauche 40 Holz. Danke. Zack, nächste Speer. Zack, Abflug. So, wir kriegen das ja wohl hin, Leute, oder? Das sollte ja wohl nicht so ein Problem sein. Unser Essen ist halt gerade auch ein Megaproblem, ne? So. Krankenhaus ist fertig. Krankenhaus. Oh, boah. Ja. Nein. Krankenhaus. Wir haben wir die nächste Forschung. Krankenhaus haben wir. Treibhaus sehr mit Dämmung. Wäre ja noch nicht schlecht. Fliegende Jäger für mehr Essen. Nein, wir lassen es erst mal laufen. Wollen wir uns gerade nicht leisten, Leute. Wirklich nicht. Ich muss jetzt zusehen, dass wir das Krankenhaus unbedingt zu Gange kriegen. Zack. Wir gehen da rein. Zehn Patienten wirklich nur. Ach du Scheiß, Alter. Wir müssen Nahrung jetzt bauen. Treibhaus. Hier passt es nicht mehr hin. Ich kann doch hier oben kein Treibhaus hinsetzen. Das kriege ich niemals gedämmt. Das geht bis da. Ich glaube, ich würde hier zwei Stück hinkriegen. Dann machen wir das. Das ignoriere ich jetzt einfach mal, Leute. Ich hoffe, dass es klappt. Wir brauchen Essen. Oh, das war falsch. Wir teilen das mal auf 5.5. Müssen wir gleich mal gucken, ob es da warm wird, wenn das angeht. Nächsten Tag. 90 Leute haben Hunger. Das wird ein Riesenproblem. Nichts. Fuck. Jetzt fängt es an zu arbeiten. Wird es warm? Ist warm. Sehr gut. Haben wir geschafft. Es geht gleich um 2 Grad wieder runter. Kann man hier nicht mal sagen, sie sollen durcharbeiten. Irgendwie konnte man das machen. Ich weiß noch nicht mehr, wie das ging, Leute. Weg mit dem Bein. Dieses rumdiskutieren. Pflegeheim. Ja, machen wir. Ah, Pflegeheim, Leute. Das habe ich vergessen. Das wollte ich bauen. Na gut, jetzt ist es egal. Jetzt haben wir es eh gebaut. Stahl und Holz. Rohstoffe nehmen. Wir haben nur noch für 14 Stunden Kohle. Warum? Wir haben zu... Der Verbrauch ist... Zu hoch. Der Verbrauch ist zu hoch. Warum ist jetzt unser Verbrauch auf einmal so hoch? Verstehe ich gerade nicht. Unser Verbrauch ist zu hoch, Leute. Das ist scheiße. Ich kann mir das nicht leisten. Ich muss unbedingt... Die Speer schicke ich los, dass die sich schneller bewegen. Wie viel Holz haben wir noch? 458. Wir haben gerade ein Kohleproblem. Und das ist ganz schön. Und das Ding ist schon aus. Das hier ist das Krankenhaus. Das ist das Treibhaus. Das ist Kinderheim. Kinderheim ist schon aus. Das hier ist die Sanitätsstation. Das ist das Pflegeheim. Die können wir ausmachen. Vielleicht reicht es. Ja. Alles klar. Ui, 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 ui. Jetzt kommen wir aber in die Spulitäten hier. Wisst ihr was? Ich probiere was. Ich probiere was. Na gut. Ich brauche eine Sammelstation. Dann probieren wir mal... ...da noch eine Sammelstation hinzusetzen. Sollten wir ja wohl irgendwie hinkriegen, oder? Es ist nicht einfach. Also die anderen Welten sind wirklich viel, viel einfacher. Ähm. Aber wir müssen hier rüber. Um das Sägewerk hier hinzusetzen. Und das Sägewerk aus der... ...da abzutragen. Also... Ich hoffe nicht, dass das... Warum ist... Achso, ne. ...die den Generator ist aus. Das ist ja nur zum Notfall. Ja. Ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal... ...Pflegeheim läuft. Ab jetzt. Es ist warm genug. So. Wir werden mal... ...noch eine Sammelstelle hier hinsetzen. Reicht das? Ja. Ja. Okay, okay. Jetzt geht's nur noch darum, Rohstoffe zusammenzukriegen. Um eine Brücke zu bauen. Aber machen wir schon. Essen hat immer noch nicht gereicht, ne. Jetzt geht's ab. Minus 50 Grad, Leute. Okay. Es ist überall kalt. Boah. 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 Time to get to work. Okay, wir haben's hochgepusht. Jetzt wird's wieder wärmer. Wir werden mal... ...den vielleicht nochmal ausmachen. Nein. Den vielleicht. Ja. Leute. Ich hab... ...Mega-Problem jetzt. Wirklich ohne Scheiß. Wir haben jetzt ein Mega-Problem. Ähm... Es ist grad nicht gut. Absolut nicht. Trotz, dass wir beigegangen sind und haben hier auch noch eine Sammelstelle hinzugefügt. Äh... Reicht es nicht. Ich jetzt... Ich jetzt... Ja, dann wird's reichen, ne. Trotzdem vier Stunden. Also wir haben denselben... Ne. Wir haben nicht denselben Verbrauch. Wenn ich jetzt... Das ist eine Riesenkatastrophe gerade. Der muss an. Es geht nicht anders. Du musst aus. Was erforsche ich gerade? Ja, dass die Speer sich schneller bewegen können. Das bringt mir gar nichts. Ja, geil. Ich schaff nicht mal sieben Folgen, oder was? Dann geh ich schon pleite. Dann geh ich schon tot hier. Dann halt immer mehr Leute verletzt dadurch. Und das ist so dieses Problem, was wir einfach haben. Ähm... Ja, ich muss es laufen lassen und gucken, was wir fertig kriegen hier. Was hast du? Ja, gut. Wie soll die da retten? Guck ich mir später an. Alles klar. Neue Forschung. 100 Holz brauchen wir. Ich muss den Generator verbessern. Es wird nicht anders funktionieren. Äh... 124... Da. Da. Ja, ich muss das mal. Ich muss das mal wirklich machen. Nichts. Ja, ich muss das mal. Das ist nicht alles. Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Neun Stunden, dann sind wir fertig. Dann haben wir keine Heizung mehr. Und ich gebe gerade alles, Leute. Also, keine Ahnung, zehn Stunden wäre drei Uhr heute Nacht. Elf Stunden. So eine Scheiße. Ich sage jetzt mal wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.